Unser Thema ist Navigation. Im Einführungsteil habe ich euch ja erläutert, was wir unter Navigation eigentlich verstehen, dass wir immer eine Art von Index brauchen. Und nun soll es in diesem Video um Navigationstechniken zur Ausschnittswahl gehen. Wir können generell unterscheiden zwischen zwei großen Bereichen. Einmal zwischen Navigationstechniken zur Auswahl eines Ausschnitts. Also ich habe ein Objekt und das Objekt ist größer als das, was ich darstellen kann sinnvollerweise. Also muss ich einen Ausschnitt irgendwie wählen. Und das andere ist, ich habe viele Objekte und muss auf dieser Ebene, auf dieser Objektebene eine Navigation bereitstellen. Das erste nennen wir Navigationstechniken auf Ebene des Indexes. Also ich muss einen Index erzeugen und auf der Ebene muss ich navigieren. Und das andere ist auf der Ebene der Inhaltsobjekte. Und das ist eben diese Navigationsschnittstellen zur Auswahl des Ausschnitts. Da gibt es einige Techniken, die man kennen sollte und vor allen Dingen auch einige Dinge, die man nicht machen sollte, auch wenn sie vielleicht modern sein mögen. Wie kriege ich es hin, dass ich irgendwie alles erreichen kann, alles sehen kann, obwohl ich immer nur einen kleinen Ausschnitt sehe? Und wie weise ich die Leute darauf hin, dass es noch mehr gibt und was da noch kommt? Das sind ja die wichtigen Techniken an dieser Stelle. Und die erste Technik, die ich euch vorstellen möchte, ist die Technik des Zoomens. Eine Technik, die häufig ein bisschen außer Acht gelassen wird, aber natürlich eine gute Möglichkeit ist. Das heißt, ich kann, wenn ich ja zoomen kann, wenn ich verschiedene Größen einstellen kann, wie hier unten in dem Dateimanager, wo ich die Größe dieser Icons verändern kann, denn dann kriege ich es hin, verschiedene Detaillevels zu sehen. Ich kann entweder einen Überblick über vieles kriegen oder ich sehe einzelne Dinge im Detail. Das ist die Auswahl, die ich beim Zoomen habe. Und Zoomen ist manchmal in Stufen realisiert, häufig aber auch stufenlos realisiert. Ist jetzt Zoomen eine gute Navigationstechnik? Ja, sie ist natürlich eingeschränkt, weil ich natürlich auf der Übersicht keine Details mehr sehe und in der Detailsicht keine Übersicht mehr habe. Das heißt, wenn, dann wäre es eigentlich interessant, wenn man eine Kombination aus beidem hinkriegen würde. Das sieht man häufig in Grafikbearbeitungsprogrammen, wo man stark hineinzoomen kann in ein Bild zum Beispiel, weil man da eine Änderung vornehmen möchte, irgendeine Manipulation. Und man hat zusätzlich irgendwo ein Fensterchen, wo man das ganze Bild in der Übersicht sieht und wo man dann auch sieht, welchen Ausschnitt man eigentlich gerade hat. Dann hilft natürlich diese Kombination aus zwei Zoomstufen, die Übersicht zu behalten und man sieht auch, was es noch alles gibt, wo man also noch so alles hin kann. Man sieht, wie groß der Ausschnitt im Vergleich zum Ganzen ist und man sieht, wo man noch hin kann in dem Ganzen. Eine spannende Technik, aber eine, die ich an dieser Stelle nicht intensiv behandeln möchte, ist die des Semantic Zooming, also des semantischen Zoomens. Was heißt das? Das heißt, man macht es nicht hier wie hier unten, denn hier wird ja das gleiche Icon mal groß und mal klein dargestellt. Der dargestellte Inhalt ist genau derselbe und auch auf die gleiche Art und Weise dargestellt, nur halt kleiner und größer. Man könnte es aber zum Beispiel so machen, wenn man jetzt mal an einen Text denkt, dass man, wenn man hineinzoomt, man den Text erkennen kann und wenn man weiter herauszoomt, dann sieht man vielleicht nur noch die Überschriften und wenn man noch weiter herauszoomt, dann sieht man nur noch die Kapitel. Das heißt, wir haben auch verschiedenen Zoomstufen beim Semantic Zooming verschiedene Darstellungsformen und zwar Darstellungsformen, die der jeweiligen Zoomstufe auch angemessen sind. Das ist das, was man üblicherweise Semantic Zooming nennt. Sehr interessante Technologie. Wenn ihr das hinkriegt, in einer Anwendung bei euch so zu zoomen, das ist viel wert und wird meiner Meinung nach viel zu selten gemacht. Ist aber auch echt nicht einfach, das hinzubekommen, weil man auch sehr komplex darüber nachdenken muss, dass man auf verschiedenen Zoomstufen verschiedene Darstellungsarten braucht. Ja, neben dem Zooming die Haupttechnik, die man eigentlich hat, üblicherweise, um in einem großen Objekt Ausschnitte zu sehen und dann auch den Rest des Objektes erreichen zu können, ist das Scrolling natürlich, also das Rollen auf Deutsch. Man findet manchmal die Begriffe Rollen und Rollbalken auch für Scrollbar. Ich selbst finde sie irgendwie etwas komisch, deswegen sage ich häufig Scrolling dazu, aber die Begriffe sind durchaus in Verwendung. Und wenn man in die ISO-Norm reinguckt, in die deutsche Fassung, da sind diese Begriffe auch alle übersetzt worden. Hier seht ihr mal wieder den Atari ST, den nehme ich ja gerne mal als Beispiel, das wohl daran liegt, dass ich ihn auch selber hatte. Aber der war auch in der Beziehung ziemlich gut. Das ist ja von 1985, dieses System. Und die Umsetzung der Scrollbars beim Atari ST war hervorragend. Besser als bei Mac und besser als bei Windows, was ja zur gleichen Zeit herausgekommen ist. Es sind ja alle aus diesem Jahr, all diese Systeme. Oder der Mac ist ein Jahr älter, aber alle aus dieser Zeit. Was sehen wir hier? Wir sehen hier die Elemente, die auch in der ISO-Norm beschrieben sind, nämlich der Aufwärtsbildlauf. Da kann man draufdrücken, um eine Bildschirmseite nach oben zu blättern. Der sogenannte Rollbalken. Dann das Bildlauffeld. Das ist das, was ich anfassen kann mit der Maus in diesem Rollbalken. Und dann gibt es den Abwärtsbildlauf, der natürlich das Gleiche macht wie der Aufwärtsbildlauf, nur halt nach unten. Und dieses Scrollbar ist komplett ausgestattet. Das heißt, ich habe alle Möglichkeiten. Und was bietet mir diese Scrollbar alles? Mit der Scrollbar kann ich natürlich andere Teile des Inhaltes erreichen. Das ist der Hauptsinn der Scrollbar. Ich sehe also, da oben ist noch mehr in all diesen Fällen. Und wie ich da hinkomme, sehe ich auch. Ich sehe aber noch mehr. Ich sehe nämlich auch, wie groß das Verhältnis des aktuellen Ausschnitts zum Ganzen ist. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dass ich das einschätzen kann. Und das war das, wo der Atari damals besser war. Beim Mac war das nämlich nicht so. Da war dieses Bildlauffeld immer gleich groß, egal wie groß der Ausschnitt war. Und erst spät in den 90ern ist man bei Apple darauf gekommen, dass man diese Größen anpassen könnte. Bei Atari war das schon die ganze Zeit so. Also seht hier auch das Verhältnis zum Ganzen. Das Wichtige ist, dass ich diese Information habe. Das heißt, auch wenn ich jetzt so da drauf gucke, auch wenn ich gar nicht scrollen will, kriege ich eine Information darüber, wie viel vom Ganzen ich da eigentlich sehe und dass es noch mehr gibt und wie ich da hinkomme. Das widerspricht sehr der modernen, ja, Ideologie will ich nicht sagen, Mode vielleicht, die Scrollbars nicht mehr anzuzeigen. Sichtbare Scrollbars sind sehr sinnvoll. Und das auch heute noch. Und das möchte ich euch mal hier an diesem Beispiel zeigen. Was haben wir da? Wir haben mal wieder hier ein paar Foliensätze liegen. Und ich suche in diesem Ordner die Datei 14 Ergonomie im Kontext. Und die gibt es hier gar nicht in diesem Ordner. Ich sehe die nicht. Wie könnte ich darauf kommen, dass die vielleicht doch da ist? Der einzige optische Hinweis, den ich kriege, ist, wenn ich die Objekte mal zähle, die da oben sind. Dann zähle ich nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Objekte und unten in der Fußzeile steht 7 Objekte. Das sehe ich aber auch nur, wenn ich diese Fußzeile einschalte, was im Standard gar nicht so ist. Die muss man extra einschalten an dieser Stelle. Ja, und wenn ich jetzt anfange zu scrollen, dann sehe ich auf einmal, aha, da ist ja doch noch eine Datei. Die habe ich vorher nicht gesehen, weil mir die Scrollbar nicht angezeigt wurde. Ohne die Scrollbar habe ich keine Chance gehabt, zu erkennen, dass es sich an dieser Stelle nicht um alles handelt, sondern dass es noch ein weiteres Objekt hier gibt. Das heißt, die Erschließbarkeit an dieser Stelle lässt zu wünschen übrig. Und ohne Erschließbarkeit könnte mir vollständig entgehen, dass da noch etwas ist. Und ich kriege auch nicht die Informationen, die ich brauche, um eine Strategie zu entwickeln. Naja, das brauche ich jetzt hier nicht. Hier habe ich ja nur eine Datei gesucht. Aber hier zum Beispiel, in diesem Programm, ist das ganz anders. Was ihr hier seht, sind Bilder, die ich mal gemacht habe, schon ein paar Jahre her, 2018. Da habe ich ein Rugby-Spiel fotografiert von der Rugby-Nationalmannschaft. Und habe natürlich eine ganze Menge Bilder gemacht, wie ich das dann immer mache. Das ist ja so, wenn man Sport fotografiert, dann hat man ja sehr viele Bilder. Da muss man hinterher eifrig aussortieren. Und das könnte ich zum Beispiel in diesem Programm hier machen, aussortieren. Und ja, dann fange ich mal damit an und stelle dann irgendwann fest, so jetzt bin ich an einer bestimmten Stelle angelangt. Gucke ich mal auf die Scrollbar, wie weit bin ich denn schon? Ich bin immer noch ganz oben. Und es sind insgesamt 3.288 Bilder. Das steht da. Das heißt, ich werde es wohl nicht schaffen, jetzt mal ebenso schnell diese Bilder durchzusortieren. Ich kann also nicht heute das machen, sondern ich muss mir mal irgendwann Zeit dafür nehmen, dass ich die Bilder in Ruhe durchsortiere. Und diese Informationen kriege ich durch diese Scrollbar. Und zwar nicht nur dann, wenn ich scrolle, sondern einfach dadurch, dass sie da ist. Ich sehe, der Ausschnitt, den ich habe, ist ein kleiner. Ich bin immer noch ganz oben. Die Anzahl ist eine große. Das sind Informationen für mich, die mich erschließen lassen, was der Stand ist hier. und die mir ermöglichen, eine Strategie zu bilden, wie ich weiter vorgehe. Und ohne diese Informationen habe ich das nicht. Das heißt, wenn ihr ein Betriebssystem habt, in dem Scrollbars nicht zu sehen sind, dann guckt mal, ob ihr sie nicht einschalten könnt. Bei Mac zum Beispiel, da ist das ja, geht das. Da geht man in die Systemeinstellungen und da kann man unter Allgemein dann Rollbalken einblenden auf Immer stellen. Und dann sieht man diese Rollbalken immer. Wieso sind die Rollbalken eigentlich ausgeblendet beim Mac? Bei iOS übrigens auch, da ist das noch üblicher. Auch bei Android sieht man solche Scrollbalken üblicherweise nicht, sondern sieht sie immer erst, wenn man scrollt. Warum ist das so? Es wird ästhetische Gründe haben. Und das ist bedauerlich. Da sieht man, dass Ergonomie und Ästhetik im Sinne von einer Verkaufsästhetik nicht übereinstimmen. Also man verwendet zum Beispiel in User Interfaces heute teiltransparente Bereiche. Man verwendet keine Scrollbars mehr, keine dauerhaft sichtbaren Scrollbars mehr. Dann sieht das Ganze im Verkauf und in der Präsentation schicker aus. Denn es ist aufgeräumter, ich habe irgendwie nicht so zusätzliche Elemente da und ich habe so schöne halbdurchlässige Bereiche. Wenn ich dann noch einen schönen Hintergrund nehme, dann sieht das ja besonders toll aus. Ja, aber ergonomisch ist das nicht. Das heißt, man sollte davon Abstand nehmen, wenn einem die Ergonomie wichtig ist. Und ihr als Nutzer könnt es für euch umstellen in eigentlich allen mir bekannten Systemen, zumindest, sagen wir mal, Desktop- und Laptop-Systemen. Ob man das unter iOS und Android kann, bin ich mir ehrlich gesagt im Moment gar nicht sicher. Müsste ich selber mal auf die Suche gehen, ob man das da einstellen kann. Es gibt eine andere moderne Mode, die leider dafür sorgt, dass Scrollbars nicht mehr so gut funktionieren. Schaut euch das mal hier an. Das ist Flicker. Also mal wieder was mit Bildern. Ihr merkt, das ist so ein bisschen was von mir. Ich fotografiere halt gerne und daher kenne ich dann so viele Beispiele aus diesem Bereich. Ich habe hier nach Paderborn gesucht und glücklicherweise werden viele Bilder gefunden, die zu Paderborn gehören. Also steht hier 89.040, das ist schon eine ordentliche Zahl. Und was ich jetzt mal mache, ist, ich scrolle mal nach unten und gucke mal, was passiert. Also ich nehme diese Scrollbar. Also erstmal wird die immer kleiner, das ist ja schon mal komisch. Jetzt scrolle ich nach unten. Das mache ich jetzt auf ganz klassische Art und Weise. Und passt mal auf, was ist jetzt passiert? Jetzt ist sie auf einmal kleiner geworden. Jetzt scrolle ich wieder nach unten. Jetzt springt sie wieder nach oben. Ja, das ist diese Technik, die heute üblich ist, dass man Seiten nachladen lässt und dass dadurch der Inhalt auf dieser Seite immer länger wird. Und dadurch wird natürlich der ganze Sinn der Scrollbar ad absurdum geführt. Denn ich kann an der Scrollbar überhaupt nicht mehr einschätzen, wie groß ist der Anteil von dem, das ich sehe, im Verhältnis zum Ganzen. Genau der Vorteil der Scrollbar ist nicht mehr da. Und ich weiß auch nicht, ob ich am Anfang oder am Ende bin. Das heißt, diese Möglichkeit ist gar nicht mehr da. Ja, das ist bedauerlich. Man könnte darauf reagieren, entweder zum Beispiel, indem man die Seite gleich auf die volle Länge macht, aber nur die Bilder nachlädt. Das ist ja eine Möglichkeit, die man machen kann. Zumindest so Pi mal Daumen kann man das machen. Und das weiß ich, dass man das kann, weil ich selber so eine Bildverwaltung für meine Bilder programmiert habe. Und da ist das so, es geht also. Oder man kann, oder man sollte sich dann eine andere Technik überlegen, wie man sehen kann, wo man ist im Verhältnis zum Ganzen und wie groß der Ausschnitt im Verhältnis zum Ganzen ist. Also ein zusätzliches Navigationselement oder ein zusätzliches zumindest Anzeigeelement, um das einschätzen zu können, das wäre doch hier sehr hilfreich an dieser Stelle. Das ist allerdings noch kein Standardelement. Ich bin mal gespannt, ob sich sowas irgendwann mal durchsetzen wird. Momentan kenne ich so eine Eingabetechnik oder Darstellungstechnik noch nicht. Und diese Art des Nachladens jedenfalls die ist irgendwie bedauerlich. Gründe dafür kann man verstehen. Denn man kann untersuchen, das ist untersucht worden, dass wenn man unten zum Beispiel sagen wird, mehr laden, dass man da erst draufklicken muss oder so, dass die Leute das nicht machen. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann die weiteren Elemente angeguckt werden, geringer ist. Wenn sie automatisch nachgeladen werden, dann ist man mehr geneigt, so durchzuscrollen. Deswegen verstehe ich das, dass solche Seiten wie Facebook oder auch die Apps von Facebook das genauso machen. Aber es ist halt nun mal für die Navigation und für die Orientierung, wo bin ich im Verhältnis zum Ganzen, sehr bedauerlich. Das Ganze zeigt natürlich auch eine Grenze des Scrollings auf. Denn, naja, wenn ich sehr viele Elemente habe, wenn das Ganze sehr lang ist, dann funktioniert das mit dem Scrolling nicht mehr so besonders gut. Guckt es euch auf der rechten Seite mal an. Das sind ja relativ kleine Texte. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr nehmt hier eine komplette Doktorarbeit zum Beispiel von über 200 Seiten und stellt die in einem relativ kleinen Fenster dar. Ja, wie soll denn das mit der Scrollbar dann noch funktionieren? Wenn man das ernst nehmen würde mit dem Verhältnis anzeigen vom Ganzen zum Großen, dann müsste dieses Rollfeld so klein werden, dass es wahrscheinlich kleiner wäre als ein Pixel. Und selbst wenn es noch ein Pixel wäre, ist es ja sehr unpraktisch, das überhaupt noch zu kriegen. Das heißt, man muss eine Minimalgröße da einstellen. Ja, wenn ich das habe, dann ist es aber auch schwierig, wenn ich dann das Ding bewege, denn dann gehe ich so schnell durch den ganzen Inhalt durch, dass ich eigentlich nichts kontrolliert mehr anstoßen kann oder ansteuern kann. Das Gleiche kennt man, und das hatten wir ja auch schon mal so ein Beispiel, wenn man so eine Auswahl innerhalb eines Videostreams hat. Das ist ja im Prinzip auch eine Scrollbar, also was wir da links sehen. Und der Film ist sehr lang, aber die Bar ist klein. Dann wird es auch da wieder schwierig. Und wir hatten beim Video ja schon mal, als es um Eingabepräzision ging, eine Technik kennengelernt, dass man zum Beispiel länger draufdrückt oder dabei nach oben zieht und dann spreizt sich das. So eine Technik könnte man natürlich bei Scrollbars auch einbauen. Aber auch das ist keine Technik, die sich bisher durchgesetzt hätte. Schade eigentlich, und wahrscheinlich wird sie das jetzt auch nicht, weil Scrollbars insgesamt so ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Aus meiner Sicht und aus ergonomischer Sicht sehr bedauerlich. Was kann ich denn machen, wenn Scrolling vielleicht nicht so gut funktioniert? Oder was gibt es überhaupt noch für eine Alternative zum Scrolling? Die Hauptalternative ist das Blättern. Ich blättere durch Seiten. Hier zum Beispiel eine ganz interessante Umsetzung davon. Wieder mal so eine Multimedia-DVD oder CD. 100 Jahre Siemens. Da kann man sich jetzt hier manches auswählen. Man kann auf diese Bilder klicken und dann kriegt man was zu sehen. Und das Ganze ist an einem Zeitstrahl orientiert. Und ihr seht, rechts und links sind Pfeile dran. Und diese Pfeile kann ich hier anklicken und damit blättere ich immer eine Seite weiter oder eine Seite zurück. Das Interessante an dieser Technik ist, hier ist das Blättern in den Inhalt eingebaut. Das heißt, man hat die Navigationsstruktur, das User-Interface zum Blättern ganz nah an dem Inhalt. Man könnte das natürlich auch woanders unterbringen und häufig wird es woanders sein, dass man zum Beispiel rechts und links einfach zwei Knöpfe hat oder man macht rechts unten, links unten einen Knopf hin, der weiter blättern und zurück blättern aussagt. Und das ist dann ja auch eine Blättertechnik. Wann ist das Blättern zu bevorzugen gegenüber dem Scrollen? Da gibt es eine ganze Menge von Gründen, warum man vielleicht eher blättern möchte als scrollen möchte. Das Erste hatten wir schon gesagt. Wenn die Menge der Elemente oder des kompletten anzuzeigenden Inhalts sehr groß ist, dass das Scrollen als Technik nicht mehr gut funktioniert. und wir haben keine irgendwie neuartige Technik, dass wir sonst spreizen oder sowas hätten. Dann ist es zu bevorzugen, zu blättern. Das kann ich natürlich umdrehen. Und wenn ich sage, wenn es mein Ziel ist, dass die Anzahl der Elemente, die ich gleichzeitig sehe, begrenzt ist, dass ich zum Beispiel nicht scrollen möchte, weil ich irgendwo ein User-Interface erzeuge, was das nicht haben soll oder wo es scrollen nicht gut geht, irgendwie so ein öffentliches Kiosk-System oder sowas, dann ist natürlich blättern die Technik, die man verwenden kann. Es kann auch technische Gründe dafür geben. Also es macht ja zum Beispiel wenig Sinn, sämtliche Bilder vorzuladen und aus dem Netz runterzuladen in diesem Flicker-Beispiel von gerade. Das muss man vielleicht auch nicht. Es würde reichen, wenn ich die Größen der Bilder vorlade, damit ich entsprechend Platzhalter machen kann. So habe ich das in meiner Umsetzung tatsächlich auch gemacht. Aber auch das ist nicht ohne, denn es müssen dann ja sämtliche dieser Bilder zugegriffen werden und das kann auch kompliziert sein. Das kann ein Arbeitsplatzproblem sein, es kann ein Speicherproblem werden. Es könnte also sinnvoll sein, immer nur ein Teilelement der Objekte zu laden und dann ist Blättern natürlich eine gute Technik. Ja, dass man es da einsetzt, wo Scrollen unüblich oder unmöglich ist, habe ich eben schon mit untergebracht. Ein großer Vorteil des Blätterns ist der, dass man dann Seitenzahlen angeben kann. Das kennt ihr ja alle von Büchern. So ein altes Buch habe ich mir gerade aus dem Regal gegriffen und da könnt ihr jetzt sagen, ja, auf Seite 98. Und ihr könnt jemandem diese Adresse schicken und könnt sagen, Seite 98 ist das, was ihr euch angucken könnt. Das bedeutet, wenn ich das in Web zum Beispiel habe, dann habe ich im Zweifelsfall auch eine URL, in der die Seitennummer drinsteht und kann jemandem diese URL mit der Seitennummer weitergeben und ich weiß, der sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gleiche wie ich. Das ist problematisch, wenn man scrollt. Aber auch das geht. Dann muss man sich halt die Scrollposition, die man möglichst nicht als Pixelposition, weil man könnte ja verschiedene Größen haben, sondern die Scrollposition in Bezug auf die Inhalte irgendwie abspeichern und mit in der URL unterbringen. Auch das habe ich schon selber mal gemacht. Das geht also. Aber es ist natürlich ein viel höherer Aufwand. Dass das geht, kennt man übrigens auch aus Büchern. Denn ich habe hier ja mal ein anderes Buch, eine Bibel. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich euch bekehren möchte oder sonst sowas machen möchte. Aber wenn man eine Bibel hat und möchte mit jemandem über Bibelausschnitte sprechen, dann gibt man nicht Seitenzahlen an, weil es gibt ja viele Bibeln mit ganz unterschiedlichem Druck und wo auf ganz unterschiedlichen Seiten die Dinge stehen. Sondern was man dann ja macht, ist, man gibt das Ganze ja an, zum Beispiel aus welchem Evangelium, welches Buch und welcher Vers. Und dann kann man noch die Nummern hier direkt ablesen. Da steht dann also eine kleine 54 zum Beispiel hier davor. Und dann kann ich hier sagen, das ist 1 Makabea 19, Vers 54. Und dann habe ich die Möglichkeit, so eine Positionsangabe zu machen. Das müsste man auch machen, wenn man das beim Scrolling macht. Es gibt solche Angaben tatsächlich bei E-Books, denn E-Books haben ja auch nicht sinnvollerweise Seitenzahlen. Denn ich habe ja ganz unterschiedliche E-Book-Reader. Der eine E-Book-Reader zeigt mir DIN A4-Seiten an, der andere ist ganz klein oder ich verwende vielleicht mein Smartphone. Und dann ist natürlich eine Seitenzahl relativ. Also auf dem iPhone hier habe ich viel mehr Seiten für das gleiche Buch, als wenn ich das auf DIN A4 lese. Das heißt, das ergibt keinen Sinn, da Seitenzahlen zu verwenden. Deswegen gibt man andere Referenzen an. Man kann natürlich trotzdem sagen, wo man ist, aber man gibt dann zum Beispiel die Absatznummer, Wortnummer oder sonst sowas an. Das funktioniert natürlich auch. Und wo Blätter natürlich noch besonders sinnvoll ist, ist dann, wenn ich auch eine semantische Kopplung habe. Wenn ich also nicht nur sage, das ist die fünfte Seite, sondern das ist die Seite über Paderborn und nicht die Seite über Bielefeld. Wenn ich das mache, dann habe ich einzelne Seiten, die an einzelne Inhalte gekoppelt sind und dann ist natürlich ein Blättern viel sinnvoller, als dass ich ein so langes Ding habe, wo all das drin steht. Dann wäre Scrollen überhaupt nicht die gute Technik. Was müssen wir bedenken noch beim Blättern? Wir haben beim Scrollen gesagt, es ist immer wichtig, dass ich sehe, wo ich bin und wie das Verhältnis zum Ganzen ist. Und das ist genauso wichtig beim Blättern. Das heißt, auch Blättertechniken sollten das haben. Schaut es euch hier an. Im oberen Beispiel ist das gut gelöst, zumindest teilweise gut gelöst. Ich sehe, ich bin auf Seite 5 und es gibt 43 Seiten und ich kann zumindest im Prinzip jede andere Seite auch anspringen. Das ist jetzt hier abgekürzt, weil ich nicht 43 Punkte da so hinmachen will. Und die Abkürzung ist auch sinnvoll, weil man in der Regel sagt, ich will die nächste oder übernächste Seite oder die vorherige oder die erste oder die letzte oder die vorletzte, aber ich möchte eigentlich nicht irgendwo beliebige Seiten anspringen. Das ergibt zumindest dann keinen Sinn, wenn diese Seiten nicht mit semantischen Zusammenhängen versehen sind. Also warum sollte ich irgendwie Seite 23 so anspringen, wenn ich gar nicht weiß, was auf Seite 23 sein kann. Deswegen ist das durchaus ein guter Kompromiss, um Platz zu sparen. Unten drunter ist es aber auf jeden Fall schlecht gelöst, denn hier schaut mal, was da ist. Erste Seite, vorherige Seite, nächste Seite. Wie viele Seiten gibt es? Auf welcher Seite bin ich? Das ist alles hier an dieser Stelle nicht zu sehen. Steht vielleicht irgendwo an anderen Stellen, aber es sollte natürlich kombiniert sein an dieser Stelle und die obere Lösung ist dafür viel besser. Das heißt, die Fragen, die man sich hier immer stellen sollte, sind die gleichen Fragen wie auch beim Scrolling. Wie viele Seiten gibt es? Auf welcher Seite bin ich zum Ganzen? Und wenn denn das sinnvoll möglich ist, kann ich eine Seite konkret anspringen? Das sind alles Fragen, die man sich beim Blättern stellen kann und die man sich sehr ähnlich beim Scrollen stellen kann, denn das sind die Möglichkeiten des direkten Zugriffs und der Orientierung im Ganzen. Soviel zu diesen Techniken zur Auswahl des Ausschnittes und im nächsten Video geht es jetzt weiter mit Techniken, die sich auf der Index-Ebene befinden, wo wir also viele Objekte haben und müssen die irgendwie zugreifbar machen. und die sich auf der Index-Ebene auf der Index-Ebene Teil hat aus über